Ich sage mal, man sollte natürlich, wie der Kameramann, wie der Operator, aus dessen Blickwinkel das Ganze auch sehen. Also alle drei im Grunde genommen, weil es ein Teamwerk ist. Also wenn der eine sagt, ich will das so und so haben, aus dem und dem Winkel, die Sonne muss im Rücken sein, also auflichtig drehen oder gegenlichtig drehen, da sollte man schon mal wissen, was gemeint ist. Aber nach 40 Jahren Piloterfahrung und davon bestimmt 25 Jahren auch im Filmbusiness, sollte man das langsam kapiert haben.